Hallo 2015! Hallo du liebe YouTube-Bel da draußen! Aber 2015 geht es weiter hier auf meinem Channel und ich habe mir gedacht, ich werde ein paar Vorsätze fassen. Ja, die letzten Jahre habe ich mir nie Vorsätze gefasst, also zumindest nicht so rein offiziell. Und dieses Jahr machen wir das gemeinsam. Deswegen schreibt mir eure Vorsätze für 2015 auch in die Kommentare und eure Gedanken natürlich zu meinen Vorsätzen. Beginnen wir! Ich möchte 2015 definitiv hier am Kanal etwas verändern und zwar mehr Struktur. Jawohl! Das, was ich auf der Arbeit hinkriege mit mehr Struktur, möchte ich natürlich auch hier hinkriegen und mindestens zwei Videos die Woche machen. Sonntag wäre auf jeden Fall der feste Tag an Videos und ihr dürft entscheiden, welchen zweiten ihr haben wollt. Ich habe gedacht, entweder Mittwoch, Freitag oder Donnerstag. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil ich weiß nicht, ob ihr zu sehr überflutet werdet, Mittwoch und Freitag an den, ja, gelernten YouTuber-Videotagen. Deswegen vielleicht den Donnerstag. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich muss es wissen. Aber feststeht, es werden euch 2015 immer mindestens zwei Videos pro Woche von mir hier erwarten. Jawohl! Damit kann ich das auf meiner Liste, die ich mir vorbildlich vorbereitet habe, abhaken. Dann etwas sehr Privates. Ich werde 2015 wieder in mein Lieblingsland, hätte ich jetzt schon fast gesagt, in meine Lieblingsstadt New York reisen. Diesmal mit meiner Mama. Ich habe es ihr, habe ich zu Weihnachten geschenkt, beziehungsweise habe ich ihr den Flug geschenkt und ja, Lebensgefährte wird etwas mit zum Hotel dazu tun. Und deswegen freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, meiner Mutter diese Stadt zu zeigen, weil sie war noch nie da. Das ist also auch mein Vorsatz 2015. Etwas den Sven betreffend. Ihr habt es vielleicht mitbekommen im Vlogmas und Empathies Christmas Countdown, dass wir nicht zusammen wohnen. Das soll sich 2015 hoffentlich ändern. Toll, toll, toll. Das wäre ganz toll, von einer Fernbeziehung in eine richtige Gemeinschaft zu ziehen. Abgehakt. Dann etwas sehr Persönliches. Ich habe gerade durch diese Vorweihnachtszeit und ja, auch durch Singapur ist mir bewusst geworden, wie wenig ich für mich getan habe in den letzten Jahren, sondern ich habe sehr, sehr viel für die Arbeit gelebt und bin da sehr aufgegangen, weil es mich natürlich auch bestätigt und weil es auch wirklich total toll ist. Aber mein größtes Hobby, das Singen und das Musical machen, ist total ins Hintertürchen geraten. Und das vermisse ich sehr und deswegen möchte ich auf jeden Fall wieder anfangen zu tanzen. Also ich weiß nicht, wenn ihr einen guten Tipp habt, wo man hier in Düsseldorf zum Beispiel sogar Musical-Dance machen kann, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich suche nämlich noch nach einer guten Tanzgruppe. Und ich möchte auf jeden Fall wieder singen, also Gesangsunterricht entweder nehmen oder wieder in eine Musical-Gruppe. Auch hier wieder, wenn ihr aus Düsseldorf seid und eine Musical- oder Gesangsgruppe kennt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich werde nämlich auch wahrscheinlich wieder Auftritte haben vom Musical, wo ich früher mitgemacht habe. Wenn es soweit kommen sollte, werdet ihr es hier auf diesem Kanal erfahren. Ja, da könnt ihr mich dann auch gucken kommen wahrscheinlich, wenn ihr aus der Nähe seid. Also auf jeden Fall wieder mehr Musical, was mit mehr Singen und mit mehr Tanzen zu tun hat. Und auch etwas, was mit der Stimme zumindest zu tun hat. Ich möchte eine Sprecherausbildung machen. Ja, so lange ist es schon mein Traum, irgendwo mein kleines Eichhörnchen oder eine kleine Schildkröte zu synchronisieren. Und ich hatte witzigerweise letztes Jahr, war ich dabei, wie ein Hörbuch aufgenommen worden ist und bin zu uns plaudern geraten und es gibt Sprecherausbildungen und so eine werde ich nächstes Jahr machen. Ich werde mir Urlaub nehmen von meinem Job und werde wirklich so eine Sprecherausbildung machen, weil sowas kann man ja auch nebenbei machen. Und es ist einfach so eine Sache, die ich für mich machen will. Ja, was auch wieder einhergeht mit meinem nächsten Vorhaben. Ich möchte etwas Neues lernen. Egal ob ich eine neue Sprache, ob ich irgendwie einen Kochkurs mache und neue Techniken beim Kochen. Irgendetwas, eine Sache, etwas Neues lernen. Das habe ich mir vorgenommen. Jawohl, das möchte ich gerne tun. Last but not least kommen auch Sachen, die mit dem Körper zu tun haben. Ich werde jetzt hier nicht sagen, ich möchte abnehmen, aber ich möchte gesünder werden. Und das möchte ich vor allen Dingen mit einer Immunkur. Ich bin sehr, sehr oft krank gewesen in den letzten Jahren. Das geht mir tierisch auf die Öcken. Und da möchte ich eine Immunkur machen, damit mein Körper einfach gestärkt ist. Damit fließt aber mein nächster Vorsatz ein. Nein, ich möchte einfach gesünder leben. Gesünder leben, in dem Sinne mehr Sport machen. Auch da wieder mehr auf mich achten. Und dann auch mal in der Woche sich gönnen, pünktlich Feierabend zu machen, um dann zum Sport zu gehen. Und ja, auch natürlich gesünder essen, weil ich, ja, schein über mein Haupt. Ich esse wirklich viel Mist zwischendurch. Aber ich ernähre mich auch eigentlich relativ gesund, wenn ich darauf achte. Und das möchte ich einfach jetzt auch im 2015 durchsetzen. Ihr werdet davon teil sein. Ja, ich plane nämlich da etwas Kleines und sehr lebenswert bezogen. Das Ganze wird nächste Woche schon auf diesem Channel starten. Deswegen haltet die Augen offen. Ich freue mich schon total drauf. Lasst uns gemeinsam in 2015 rocken. Ich hoffe, ich schaffe meine ganzen Vorsätze. Ihr werdet natürlich wie immer live dabei sein. Und möchte auch von euch aber auch wissen, was ihr euch vornehmt. So. Jawohl. Das war es dann schon von meinen Vorsätzen. Hey, das ging ja schnell. Ich dachte, ich rede viel länger. Aber ich freue mich auf das 2015 mit euch und auch mit mir. Und sage, folgt mir auf allen anderen Social Media Kanälen. Instagram und so und Facebook und Twitter. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare. Und lasst uns weiter diese Community gedeihen lassen, so wie wir es letztes Jahr schon getan haben. In diesem Sinne, macht es gut. Au reind out. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut.